Ich habe es nicht zu tun, sondern ich lege es nicht Ihnen vor, ich lege es unseren Bürgern vor. Die entscheiden nämlich, Sie entscheiden gar nicht mehr. Nein, aber da entscheidet der Bundestag. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und Ihrem Stellvertreter, ob Sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Aber an dieser Stelle können wir noch festhalten, alle drei Oppositionsfraktionen sind der Auffassung, wir müssen beim Schonvermogen etwas machen. Es müssen alle drei nur noch zustimmen. Herr Lafontaine, Sie... ...